Dieses Video wurde möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Taschengelddieb. Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute gibt es bei mir endlich mein Spielbericht zum neuen Kill Team. Und zwar habe ich mit dem Patrick gespielt, der die Todeskor-Truppen spielt und ich spiele die Org-Kommandos. Meine Gedanken zum Spiel und zum Match gibt es wie immer hinterher. Jetzt wünsche ich aber erstmal viel Spaß mit Kill Team. Wir spielen Mission 3.2 – Geistiger Wettstreit Auf dem Spielfeld werden 5 Missionszielmarker platziert. Jeder Spieler muss zum Beginn der Runde ein Missionsziel deklarieren, das sich weiter als 3 Zoll von seiner Landezone befindet. Das ist dann sein Primär-Missionsziel. Mit diesem kann er für einen Aktionspunkt interagieren, um einen zusätzlichen Befehlspunkt zu bekommen. Diese Wagnis-Aktion gibt außerdem einen zusätzlichen Siegpunkt. Außerdem gibt es zwei Siegpunkte für den Spieler, der am Ende einer Runde mehr Missionsziele kontrolliert als sein Gegner. Das tolle Gelände, was ihr hier seht, stammt übrigens aus dem Necromunda Dark Uprising Starter Set. Und bemalt wurde es vom großartigen Konstantin, den ihr unter dem Namen Sphärenarchitekt auf Facebook findet. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das Spiel endet nach vier Runden, bei Kill Team Wendepunkte genannt, oder wenn einer aufgibt. Mein Ork-Kommando-Team besteht aus einem Kommando-Boss mit Energieklaue und Knarre. Einem Daka-Boy. Einem Grott. Einem Burner-Boy mit extra Rauchgranate und extra Spalter. Einem Coms-Boy. Einem Breacher-Boy. Einem Slasher-Boy, ebenfalls mit Rauchgranate. Einem Sniper-Boy. Einem Bombsquick. Und einem Rocket-Boy. Bemalt wurden die Orks ausnahmsweise mal von mir selbst. Patricks Veteran-Kill-Team wird angeführt von einem Sergeant mit Energiewaffe und Plasma-Pistole. Gefolgt von einem Demolition-Veteran mit zusätzlicher Sprenggranate. Außerdem darf Patrick noch ein Hilfsmittel mitnehmen und entscheidet sich für vier weitere Soldaten. Die Figuren hat Patrick alle selbst bemalt und das ziemlich cool, muss ich sagen. Beide Listen findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung als Download. Bevor es losgeht, wählen wir beide noch drei Geheim-Operationen. Das sind geheime Extra-Missionsziele, mit denen wir zusätzliche Siegpunkte bekommen können. Ich wähle sechs Missionen der für mein Team passenden Kategorie aus und bis zu drei davon können fraktionsspezifische Missionen sein. Ich ziehe dann immer zufällig zwei Karten und wähle eine davon aus. Ich muss den gegnerischen Anführer ausschalten, ein Gebäude in die Luft sprengen und meine eigenen Kämpfer in die Nähe der gegnerischen Aufstellungszone bringen. Als nächstes werden die Kämpfer aufgestellt und direkt schon mit Befehlen versehen. Fast jedes Modell in Kill-Team befindet sich zu jedem Zeitpunkt des Spiels entweder im Offensiv- oder im Defensiv-Zustand. Im Defensiv-Zustand kann ein Modell nicht schießen und nicht in den Nahkampf stürmen, es sei denn es greifen Sonderregeln wie etwa die der Orks, die auch in den Nahkampf stürmen können, wenn sie defensiv aufgestellt sind. Als Ausgleich dafür kann ein Modell, das sich im Defensiv-Befehl befindet, nicht beschossen werden, wenn es sich in Deckung befindet. Für ein Modell mit Offensiv-Befehl gilt das nicht, allerdings kann dieses sein volles Offensiv-Potenzial entfalten, also in den Nahkampf stürmen, schießen und so weiter. Übrigens, egal welchen Befehl ein Modell hat, es gilt immer, dass das Modell nicht beschossen werden kann, wenn sich ein Hindernis zwischen ihm und dem schießenden Modell befindet und das beschossene Modell weiter als 2 Zoll vom Hindernis entfernt steht, sowie das schießende Modell weiter als 1 Zoll. Zu Beginn des Spiels bekommen wir beide noch zwei Kommandopunkte, von denen ich einen gleich einsetze, um mit der Org-Kommando-List herumschleichen, meinen Slasher-Org ein bisschen weiter vorne zu platzieren. Dann kommt noch die Aufklärungsphase, in der jeder von uns zwischen einem und drei Würfel verdeckt in die Hand nimmt, um Aktionen in Vorbereitung auf die Schlacht zu symbolisieren. Je nach Wahl gibt es dann unterschiedliche Vorteile und es wird nach einem Steinschere-Papier-Prinzip die Initiative festgelegt. Ich wähle Aufklären und Patrick infiltrieren, dadurch gewinnt Patrick die Initiative. Patrick darf außerdem während seiner Runde bei der Aktivierung eines Kämpfers einen Befehl ändern und ich darf sofort eine freie Dash-Aktion machen, das ist eine 3 Zoll-Bewegung. Damit lasse ich meinen Sniper-Boy auf die Plattform vor ihm klettern. Dank der topografischen Karte des Funkers darf sich Patrick noch einen weiteren Initiative-Bonus aussuchen und er entscheidet sich ebenfalls für einen Dash für einen seiner Unterstützungssoldaten. Jetzt geht das Spiel richtig los und am Anfang jeder Runde kommt die Strategiephase, in der wir erstmal einen Kommandopunkt generieren. Und diese Punkte können wir dann auch gleich für strategische Listen einsetzen. Patrick fängt an und gibt einen Befehlspunkt aus für in die Bresche springen. Dadurch darf jeder seiner Kämpfer eine Dash-Aktion machen, solange er sich in seiner Aufstellungszone befindet und seine Bewegung näher am Gegner beendet, als er sie begonnen hat. Ich verwende ebenfalls einen Befehlspunkt für die Aktion Schhhhh. Alle meine Kämpfer, die einen Defensivbefehl haben oder mehr als 6 Zoll vom Gegner entfernt sind, dürfen eine Dash-Aktion machen. Patrick Sargent gibt allen Kämpfern innerhalb von 6 Zoll noch den Los-Los-Los-Befehl, wodurch sie 1 Zoll zu ihrer Bewegung addieren können. Dann wählt er noch Missionsziel Nummer 1 als Primärziel und ich wähle Missionsziel Nummer 2. Zuletzt können wir beide noch Geheimoperationen aufdecken, was oftmals notwendig ist, um mit diesen Punkten zu können. Patrick hat Standhalten und muss mehr Missionsziele halten als ich und bekommt mehr Siegpunkte, wenn er das 2 Runden in Folge macht. Und ich decke Jagd es in die Luft auf, wodurch Patrick jetzt ein Geländestück aufdecken muss, das ich für 2 Aktionspunkte in die Luft jagen kann. Schaffe ich das, kriege ich 2 Siegpunkte. Und Patrick wählt ein Geländestück in seiner Aufstellungszone. Wir gehen zur Gefechtsphase über, in der jeder Spieler abwechselnd seine Kämpfer aktiviert. Dafür hat jeder Kämpfer 2 Aktionspunkte, die er für unterschiedliche Aktionen einsetzen kann. Allerdings jede Aktion immer nur einmal pro Aktivierung. Patrick aktiviert einen seiner Unterstützungs-Vostrojaner und lässt ihn eine Bewegungsaktion machen. Distanzen werden den Killteam übrigens mit Hilfe von Symbolen auf Schablonen gemessen. Wir benutzen allerdings eine Mischung aus Schablonen und dem klassischen Maßband. Dabei ist nur wichtig, sich zu merken, dass die kleinste Reichweiteneinheit 1 Zoll ist. Alles, was kleiner ist, wird aufgerundet. Als nächstes macht der Vostrojaner die Wagnis-Aktion auf das Missionsziel. Dafür bekommt Patrick einen Siegpunkt und einen Befehlspunkt. Ich aktiviere meinen Comms-Boy und der verwendet für einen Aktionspunkt seine spezielle Horchen-Aktion und gibt damit dem Sniper-Boy einen extra Aktionspunkt. Und dann bewege ich ihn noch ein Stückchen weiter zurück in Deckung. Patrick aktiviert seinen Beobachter und verwendet seine Spezialaktionen Beobachten für zwei Aktionspunkte auf meinen Sniper-Boy. Dadurch darf er seinen Scharfschützen jetzt als Kettenaktivierung direkt danach aktivieren und dieser behandelt meinen Sniper-Boy, als hätte er den Offensiv-Befehl, das heißt er kann ihn sehen und auf ihn schießen. Der Scharfschütze hat zwar einen Defensiv-Befehl, darf aber trotzdem feuern, wenn er sich in dieser Runde nicht bewegt. Für das Scharfschützen-Gewehr wirft Patrick vier Attackenwürfel und trifft auf die 2+. Er landet zwei reguläre Treffer und einen kritischen Treffer mit einer 6. Dagegen darf ich jetzt mit meinem Sniper-Boy mit seinen drei Verteidigungswürfeln auf die 5 plus werfen. Einen der Würfel lege ich als automatischen Erfolg beiseite, weil ich in Deckung bin. Die restlichen Würfel geben keine weiteren Erfolge und mit dem einen Erfolg kann ich einen regulären Erfolg von Patrick entfernen. Der reguläre Erfolg und der kritische Erfolg machen jeweils drei Schadenspunkte plus drei tödliche Verwundungen für den kritischen Treffer und Patrick versucht noch einen Wiederholungswurf für einen Kommandopunkt. Allerdings geht der Schuss wieder daneben. Das heißt wir sind bei neun Schadenspunkten und der Sniper-Boy hat noch einen Lebenspunkt übrig. Allerdings hat er jetzt mehr als die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren und ist verwundet, das heißt er bekommt Abzüge auf seine Treffer und Bewegungswerte. Mein Sniper aktiviert auch gleich, er bewegt sich komplett an die Deckung heran und dann verwendet er für zwei Aktionspunkte seine der beste Ortsspezialaktion, mit der er auch im Verteidigungszustand schießen kann und erwidert das Feuer auf den Scharfschützen. Normalerweise könnte er diesen nicht sehen, weil er im Defensivzustand ist. Da sich der Sniper-Boy allerdings auf einer erhöhten Position befindet, behandelt er den Scharfschützen, als hätte er den Offensivbefehl. Der Sniper-Boy wirft fünf Würfel und trifft auf die vier und huiuiuiuiui. Jeder Treffer verursacht zwei Punkte Schaden und die kritischen Treffer nochmal zwei Punkte extra. Patrick schafft keinen seiner drei Rüstungswürfe auf die 5 plus und mit nur sieben Lebenspunkten wird der Guardsman ausradiert. Der nächste Vostroianer aktiviert und bewegt sich auf Missionsziel Nummer 2 zu und macht als zweite Aktion einen Dash, das ist eine weitere 3-Zoll-Bewegung direkt auf das Missionsziel. Ich aktiviere meinen Bombsquick und mache mit ihm eine Bewegung, gefolgt von einem Dash, ebenfalls auf das Missionsziel zu. Der Waffenspezialist mit Granatwerfer bewegt sich ebenfalls auf Missionsziel Nummer 1 zu und feuert dann auf meinen Bomben-Squick. Patrick wirft vier Würfel auf die vier und trifft nicht ein einziges Mal. Ich aktiviere meinen Ducker-Boy, der sich einmal auf die Plattform links von ihm bewegt und dann noch einen Dash ganz nach oben macht. Patrick aktiviert seinen Zeloten und der verwendet den Uplifting-Primer auf den Sprengmeister vor ihm. Dadurch kann dieser bei seiner nächsten Attacke eine 5 plus als kritischen Treffer zählen. Und dann bewegt sich der Zelot noch nach vorne. Mein Burner-Boy rückt ebenfalls vor und wirft dann eine Rauchgranate, die die Sichtlinie in einem 2-Zoll-Radius blockiert. Patrick's Plasma-Spezialist rückt vor und feuert auf meinen Bomben-Squick. Er trifft auf die vier und trifft einmal. Ich schaffe keinen meiner sechs Fluss-Rüstungs-Würfe und erleide fünf Punkte Schaden und damit hat der glückliche Bomben-Squick noch einen Lebenspunkt übrig. Ich aktiviere meinen Breacher-Boy, der sich durch Hindernisse durchbewegen kann und öffne für einen Aktionspunkt noch die Tür für den Rest der Bande. Patrick aktiviert seinen Nahkampf-Spezialisten und lässt ihn für eine Bewegung und einen Dash die Treppe hochstürmen. Mein Boss aktiviert und darf im Umkreis einem seiner Boys einen extra Aktionspunkt geben und der geht an den Rocket-Boy. Dann klettert er über das Hindernis vor ihm und begibt sich in Position. Der Sanitäter gesellt sich zu seinen Kameraden und feuert mit seinem Lasergewehr ebenfalls auf den Squick. Er trifft zweimal regulär und einmal kritisch. Ich schaffe keine Saves und der Squick wird ausgeschaltet. Normalerweise müsste ich noch würfeln, ob er explodiert, allerdings ist er nicht in Reichweite zu irgendjemandem. Mein Rocket-Boy aktiviert und bewegt sich mit einem Bewegungsaktion und einem Dash in Richtung von Missionsziel Nummer 3. Patrick Sargent aktiviert und versteckt sich feige unter der Treppe. Mein Grott verwendet seinen Enter-Haken, um sich einmal quer über das Spielfeld zu katapultieren. Patricks Funker besetzt Missionsziel Nummer 5 und gibt dem Sprengmeister noch einen extra Aktionspunkt und mein Slasher-Boy schleicht nach vorne und wirft eine Rauchgranate. Einer von Patricks Wostrianern öffnet die Tür und geht mit einer Charge-Aktion in den Nahkampf mit dem Slasher-Boy. Hat allerdings keine Aktionspunkte zum Attackieren übrig. Allerdings aktiviert der zweite gleich hinterher und macht das gleiche und attackiert den Slasher-Boy. Für den Angriff bekommt der Wostroianer plus 1 auf seinen Wurf, weil er von seinem Freund unterstützt wird. Beide Kämpfer werfen jetzt ihre Attackenwürfel gegeneinander. Der Wostroianer hat 3 Attacken auf die 3 plus und der Slasher-Boy 4 Attacken auf die 3 plus und darf alle Trefferwürfel wiederholen. Und beginnend mit dem Angreifer können wir jetzt abwechselnd unsere Erfolge entweder für Schaden oder fürs Parieren einsetzen. Mit Parieren kann man eigene Erfolge benutzen, um gegnerische Erfolge auszuhebeln. Für kritische Erfolge des Gegners braucht man allerdings einen eigenen kritischen Erfolg oder zwei reguläre Erfolge. Patrick möchte gerne zuerst seinen kritischen Treffer für 5 Schaden verwenden. Das verhindere ich aber mit einem Befehlspunkt und meiner taktischen List nur einen Kratzer, wodurch ich den Würfel entfernen darf. Dann pariere ich einen von Patricks regulären Treffern und die üblichen Treffer verursachen jeweils 4 Punkte Schaden und der Wostroianer wird ausgeschaltet. Der Sprengmeister bewegt sich auf meinen Burner-Boy zu. Dann platziert er seinen Sprengsatz und als Teil dieser Aktion darf er einen freien Dash machen. Und seinen letzten Aktionspunkt verwendet er für eine Schussaktion und sprengt den Sprengsatz in die Luft. Die Attacke hat Durchschlag 1, das heißt ich verliere einen Rüstungswürfel. Patrick trifft auf die 2+, und mit insgesamt 17 Schaden ist mein Burner-Boy Toast. Damit endet die erste Runde schon mit einigen Verlusten auf beiden Seiten. Patrick bekommt 2 Siegpunkte, weil er mehr Ziele kontrolliert als ich. Das gibt ihm auch noch gleich einen extra Siegpunkt für sein Geheim-Operationsziel. Und er kriegt noch einen extra Punkt für die Wagnis-Aktion auf seinem Primär-Missionsziel. Ich gehe in dieser Runde leider leer aus. Ab der zweiten Runde wird die Initiative einfach ausgewürfelt. Und sie geht an Patrick. In der Strategiephase bekommt wieder jeder einen Kommandopunkt. Patrick Sargent gibt allen Soldaten in Reichweite den Zielenbefehl, damit sie Einsen beim Schießen wiederholen können. Und dann verwendet er noch für einen Befehlspunkt die strategische List, die Linie säubern, wodurch seine Soldaten im Nahkampf einen Würfel statt ihn zu werfen, als regulären Erfolg beiseite legen können. Patrick wählt Missionsziel Nummer 2 als neues Primär-Ziel und ich Ziel Nummer 3. Ab Runde 2 können Kämpfer ihren Befehl ändern, sobald sie aktivieren und der Nahkampf-Spezialist wechselt in den Offensiv-Zustand, dann macht er eine Charge-Aktion gegen den Sniper-Boy und attackiert ihn. Er trifft zweimal und ich einmal, da Patrick aber der Angreifer ist, kann er zuerst einen Würfel zuweisen und meinen Sniper ausschalten, bevor er reagieren kann. Mein Rocket-Boy wechselt in den Offensiv-Zustand und feuert eine Rakete auf den Vostroianer vor ihm. Der Rocket-Boy darf seine Trefferwürfe wiederholen, wenn er sich nicht bewegt hat und ich lande bei zwei kritischen und zwei regulären Treffern, was mehr als ausreicht, um den Vostroianer in die Luft zu sprengen. Die beiden kritischen Treffer verursachen außerdem zwei Flächenschaden bei dem Waffenspezialisten daneben. Der Plasma-Schütze läuft auf die andere Seite der Mauer und feuert mit Überladung auf meinen Ducker-Boy. Durch die Überladung hat die Waffe Durchschlag zwei, das heißt, ich habe nur noch einen Verteidigungswürfel. Patrick trifft dreimal, einmal davon kritisch, was bei fünf Schaden beziehungsweise sechs Schaden pro Treffer mehr als ausreicht, um meinen Ducker-Boy zu schmelzen. Mein Breacher-Boy aktiviert und chargt den Zeloten. Ich treffe dreimal und die Attacken des Breacher können nach einem Charge nur von kritischen Treffern pariert werden. Mein erster Treffer verursacht fünf Schadenspunkte, der Zelot revanchiert sich mit zwei Schadenspunkten und der nächste Treffer würde ihn ausschalten, allerdings verwendet Patrick die taktische List im Tods Sühne, wodurch der Zelot direkt noch einmal aktivieren kann, bevor er stirbt. Der Zelot ruft noch einmal verzweifelt einen Uplifting Primer für den Sergeant und attackiert dann den Breacher. Allerdings verfehlt er komplett, war wohl doch schon zu verwundet und bricht dann zusammen. Mein Com-Spoil bewegt sich ein Stück und gibt dann dem Boss einen extra Aktionspunkt. Der Granatwerfer-Spezialist bewegt sich über den Boss und feuert auf ihn. Er trifft dreimal und ich wehre einen davon ab. Ich entferne einen weiteren Würfel mit nur einem Kratzer und bin dann bei vier Schadenspunkten. Der Boss aktiviert, wechselt in den Offensivzustand und feuert mit seiner Bossknarre auf den Granatwerfer-Typen. Ich treffe zweimal kritisch und einmal regulär und der Typ fällt um. Dann läuft der Boss noch auf Missionsziel Nummer 3 zu und macht die Wagnis-Aktion. Der Beobachter springt zur anderen Mauer rüber und besetzt ebenfalls Missionsziel Nummer 5. Ein Slasher-Boy attackiert den überlebenden Wostrojaner und wenig überraschend wird dieser gemeuchelt und dann bewegt er sich noch Richtung gegnerische Aufstellungszone. Der Funker klettert von der Mauer und gibt dem Sprengmeister wieder einen extra Aktionspunkt. Mein Grott verwendet seinen Enter-Haken, um sich vor den Breacher-Boy zu katapultieren und bewegt sich mit einem Dash so, dass er den Weg zu ihm blockiert. Der letzte Wostrojaner verwendet die Wagnis-Aktion auf das Missionsziel. Ich habe keine Modelle zum Aktivieren mehr übrig, daher darf ich mit Modellen mit Offensivbefehl jetzt eine Overwatch-Aktion durchführen. Das ist eine Schussaktion mit minus 1 auf den Trefferwert. Ich aktiviere dafür meinen Rocket-Boy und feuere auf den Funker. Ich treffe zweimal, einmal davon kritisch, aber beide werden von Patrick abgewehrt. Patrick Sargent feuert mit seiner Plasma-Pistole auf meinen Grott. Er überlädt die Attacke und mein Grott ist Toast. Dann bewegt sich der Sprengmeister aus der Deckung heraus, legt seine Mine, hechtet aus dem Sprengradius und zündet die Bombe, die mein Breacher und mein Boss erwischt. Der Breacher wird komplett zerrissen, aber durch viel Würfelglück sowie den Einsatz, der nur ein Kratzer lässt, kommt mein Boss unbeschadet davon. Patrick's Medic aktiviert noch und feuert mit seinem Lasergewehr auf meinen Boss. Er trifft viermal und ich wehre dreimal ab und er leidet zwei Punkte Schaden. Damit endet auch diese, noch blutigere Runde und beide Teams sind schon ganz schön ausgedünnt. Dieses Mal kontrollieren wir beide gleich viele Missionsziele, das heißt dafür gibt es keine Siegpunkte und jeder von uns bekommt einen Siegpunkt für die Wagnis-Aktion. Die Initiative geht dieses Mal an mich, Patrick Sargent gibt wieder den Zielenbefehl und er verwendet die strategische List Lasergewehre überladen. Dadurch können Lasergewehre in dieser Runde überladen abgefeuert werden, was ihnen Durchschlag 1 gibt, aber sie können auch überhitzen. Patrick wählt erneut Missionsziel 2 als Primärziel und ich Missionsziel 3. Dann mache ich das, was ich eigentlich schon in der letzten Runde hätte machen sollen, ich decke mein drittes Geheimoperationsziel auf. Dafür bekomme ich einen Siegpunkt, wenn ich am Ende der Runde einen Kämpfer innerhalb von 6 Zoll zur gegnerischen Aufstellungszone habe. Allerdings eben nur, wenn das Ziel aufgedeckt ist. Mein Boss aktiviert und greift den Sargent an. Ich treffe auf die 3 und kann nur von kritischen Treffern pariert werden. Patrick trifft ebenfalls auf die 3 und landet kritische Treffer schon auf die 5 oder höher. Patrick verwendet noch einen Befehlswiederholungswurf und ist bei 3 kritischen Treffern. Ich mache einmal 7 Schaden, was Patrick auf einen Lebenspunkt reduziert. Patrick verursacht 6 Schaden, was mich auf einen Lebenspunkt reduziert und ich gebe ihm den Todesstoß. Aber Patrick verwendet für einen Befehlspunkt noch im Tod Sühnen und attackiert meinen Boss ein letztes Mal. Patrick braucht nur einen erfolgreichen Treffer, was er schafft und beide Anführer gehen eng umschlungen zu Boden. Irgendwie fast ein bisschen romantisch. Ich bekomme einen Siegpunkt für meine Kopfjäger-Geheimoperation, weil ich den gegnerischen Anführer ausgeschaltet habe. Allerdings wird dadurch auch Patricks Geheimoperation Banner aufpflanzen aufgedeckt. Der Sargent lässt einen Bannermarker fallen und dieses Banner kann von seinen Verbündeten aufgehoben werden und er bekommt Siegpunkte, wenn er es schafft, dieses Banner in oder in der Nähe in meiner Aufstellungszone aufzupflanzen. Mein Slasher-Org hat die Schnauze voll und stürzt sich auf den Sprengmeister, der so viel Schaden verursacht hat. Er landet zwei reguläre und zwei kritische Treffer. Ich pariere Patricks kritischen Treffer. Patrick verursacht zwei Punkte Schaden und meinen restlichen Treffer töten den Sprengmeister. Der Medic bewegt sich zum Banner und hebt es auf. Mein Rocket Boy feuert auf den Beobachter und sprengt ihn weg. Der Bostroianer macht wieder die Wagnis-Aktion und dann feuert er noch Überladen auf den Slasher und verursacht nochmal zwei Schaden. Der Comms Boy bleibt in der Nähe des Missionsziels. Der Plasma-Spezialist rückt vor und feuert ebenfalls auf den Slasher, der dank nur einem Kratzer keinen Schaden erleidet. Dann feuert nochmal ein Rocket Boy im Overwatch auf den Nahkampf-Spezialisten und verursacht fünf Punkte Schaden. Der Funker wechselt in den Offensiv-Modus und feuert auf meinen Slasher und dieses Mal geht auch dieser zu Boden. Der Nahkampf-Spezialist stürmt auf meinen Comms-Org zu und blockiert damit das Missionsziel. Damit ist auch Runde 3 zu Ende und Patrick bekommt nochmal zwei Siegpunkte, weil er mehr Missionsziele hält als ich und einen extra Siegpunkt für sein standhalten Geheim-Operationsziel. Damit ist Patrick bei acht Siegpunkten und ich bei jämmerlichen zwei. Das kann ich in der letzten Runde nicht mehr aufholen, daher gebe ich auf. Gutes Spiel, Patrick! Ja, das war mein Kill-Team-Match und erstmal sorry, dass es so lange gedauert hat, bis der Spielbericht tatsächlich bei euch angekommen ist. Ich habe ihn schon vor einiger Zeit aufgezeichnet, aber es hat sich herausgestellt, dass das Spiel gar nicht so leicht irgendwie einzufangen und zu erklären ist in so einem Spielbericht. Weil ihr habt vielleicht gesehen, da passiert echt einiges bei diesem Spiel. Also es sind wahnsinnig viele Regeln drin, wahnsinnig viele kleine Mechaniken, die irgendwie ineinander greifen und ich will natürlich immer gerne dem Spiel so ein bisschen gerecht werden in meinen Spielberichten und das ist manchmal gar nicht so einfach, da so alles auf einmal gut einzufangen und es gleichzeitig noch einigermaßen verständlich zu halten. Aber ich hoffe, das habe ich einigermaßen hingekriegt und ihr konntet euch einen Eindruck verschaffen davon, wie sich Kill-Team spielt und meine Meinung zu diesem Spiel ist, es ist tatsächlich grandios. Also ich würde gerne ins Games Workshop-Hauptquartier gehen und dem Designer oder dem Designerteam hinter Kill-Team einfach mal sogar ganz, ganz kräftig die Hände schütteln, weil die haben mir so ein bisschen den Glauben zurückgebracht an Spieldesign und Games Workshop. Ich bin ja, also ich spiele gerne immer wieder Games Workshop-Spiele, auch in der Vergangenheit. Ich war aber auch immer der Meinung, dass die Spiele jetzt nicht unbedingt zu den Besten gehören. Sie haben mit die besten Miniaturen und alles, alles gut. Aber Spielregeln gibt es einfach bessere Anbieter. Und ich hätte nicht gedacht, dass eines meiner Spiel-Highlights 2021 tatsächlich ein Games Workshop-Spiel sein würde. Und das ist aber definitiv mit Kill-Team der Fall. Ich habe natürlich auch schon jetzt gerade auch vor kurzem mit Adeptus Titanicus andere Spiele in den Klee gelobt, irgendwie die von Games Workshop stammen. Aber bei Adeptus Titanicus, finde ich, merkt man immer noch die Games Workshop-DNA. Das ist einfach immer noch, sind viele Elemente drin, die sehr Games Workshop-ig sind. Und bei Kill-Team ist es wirklich so, dieses Spiel, wenn wir das, also wenn ich das nicht wüsste, dann wäre ich nicht davon ausgegangen, dass das von Games Workshop kommt. Weil das hat so viele geniale, kleine Elemente drin. Einfach so viele Stellschrauben, die das Design gut machen. Sei es jetzt die Würfelmechanik. Ich finde, es macht wahnsinnig viel Spaß, die Würfel einzusetzen beim Spiel. Es ist wunderbar gelöst, wie man zum Beispiel Rüstungswürfe abhandelt, dass man eben eine bestimmte Anzahl an Würfeln hat, die man immer wirft, egal wie viele Treffer man einsteckt. Die Art und Weise, wie der Nahkampf abgehandelt ist, finde ich super interessant. Ich habe es immer so, wenn ich Games Workshop-Spielberichte mache, die Situation, das habt ihr vielleicht schon mal bemerkt, dass sich öfters dann relativ früh anfangen, einfach die Würfelwürfel gar nicht mehr zu zeigen. Weil die de facto nicht relevant sind. Weil eigentlich nur das Ergebnis relevant ist. Während man würfelt, hat man keinen Einfluss auf irgendwas. Das heißt, da trifft man keine wertvollen Entscheidungen. Bei diesem Spiel ist es so, dass ich bis zum Schluss gedacht habe, ja, nee, das muss ich jetzt zeigen. Ja, nee, das muss ich jetzt zeigen. Ja, nee, das muss ich jetzt zeigen. Weil da haben wir das gemacht, da haben wir die Entscheidung getroffen. Da habe ich so meine Würfel verteilt und da habe ich sie so verteilt. Hier habe ich erst mal pariert, statt zu schlagen. Und also es gibt natürlich sehr oft dann die richtige Entscheidung, die man treffen kann und die falsche Entscheidung. Aber man muss halt Entscheidungen treffen, die darauf Auswirkungen haben, wie das Ergebnis aussieht. Ob man jetzt fünf Schaden einfängt oder zwei. Und das sind einfach so kleine Sachen, die das Ganze einfach interessant und spannend machen. Und dazu kommt, dass einfach die Regeln, zumindest jetzt in diesem Paket, das ich euch hier vorgestellt habe, muss man auch, glaube ich, dazu sagen, dieses Octarius Starter Set Paket ist in sich ein unfassbar stimmiges Paket, besonders auch was die Fraktionen angeht. Weil die sich beide super, super fluffig spielen und gleichzeitig trotzdem auch für sich einfach extrem effektiv sind. Ich habe natürlich jede Menge Mist gebaut, strategisch, taktisch gesehen bei diesem Spiel. Also bewertet mich bitte nicht daran. Aber die Orks sind eigentlich recht geradlinig, aber sind halt wirklich, was ich total witzig finde, so eine Schleichfraktion. Also die wollen wirklich an den Gegner ran. Die habt ihr gesehen, hier mein Slasher-Ork, wenn der am Gegner dran ist, der macht, da wächst kein Gras mehr. Der macht alles platt. Genauso wie mein Boss natürlich auch. Aber sie müssen erst mal zum Ziel kommen. Sie haben allerdings auch Werkzeuge, um genau das zu bewerkstelligen, wie Rauchgranaten oder extra Bewegungen oder dass sie eben auch aus diesem Schleichzustand, aus diesem Verteidigungszustand raus angreifen können, was andere Fraktionen wiederum nicht können. Auf der anderen Seite die Todeskorps, die sind super speziell, finde ich, weil der Patrick in dem ersten Match, das wir gespielt haben, das ich ohne Kamera gespielt habe, da hat er die ohne diese Verstärkungstruppen gespielt. Die haben ja noch andere Möglichkeiten. Die können zum Beispiel Luftschläge anfordern und sowas. Die waren allerdings nicht ganz so effektiv. Und dann hat er einfach auf pure Überzahl gesetzt, was natürlich jetzt hier auch sehr gut funktioniert hat. Und die haben einfach dieses Todeskorps-Thema so wunderbar in die Regeln irgendwie eingeflochten. So ziemlich jede Sonderregel, die die haben, jede Sonderfähigkeit, die die haben, die taktischen Listen, alles, spiegelt einfach perfekt diesen Charakter dieser Fraktion wieder. Dass die de facto sterben wollen und alles tun, um ans Ziel zu kommen. Und sei es jetzt mit letzter Kraft irgendwie dieses Banner aufzupflanzen oder mit letzter Kraft nochmal einen Schlag durchzuführen, bevor sie sterben. Die haben zum Beispiel auch ein Fraktionsmissionsziel, das besagt, du bekommst Siegpunkte, wenn du am Ende des Spiels mehr Kämpfer verloren hast als dein Gegner, aber gleichzeitig mehr Siegpunkte hast als dein Gegner. Das heißt, die werden dafür belohnt, dass sie möglichst viele Leute opfern. Und ich finde es so cool. Das ist das, was es dann für mich wieder so richtig spannend macht und was auch Games Workshop meiner Meinung nach ganz gut kann. Aber hier ist es tatsächlich auch mal so richtig, richtig sinnvoll in die Regeln eingeflochten. Also auch hier bin echt begeistert. Und dann kommen noch, es kommen noch so viele Sachen dazu. Ich weiß, die Sache mit den Sichtlinien, das ist ein bisschen komplex, wer wann wie gesehen werden kann. Das ist auch sehr abstrakt. Aber ich finde es persönlich auch eine sehr gute Lösung, weil man eben gerade bei so einem kleinen Spielfeld und gerade bei so relativ tödlichen Waffen, wie ihr es hier gesehen habt, schon Möglichkeiten braucht, Kämpfer aus der Sicht zu halten. Und gerade mit so was wie eben diesen Defensivbefehlen, wo man sich so ein bisschen verstecken kann, entfällt so ein bisschen diese lästige Diskussion. Sieht der den jetzt oder sieht der den nicht? Sieht er jetzt diesen kleinen Zipfel noch an seinem Arm oder sieht er den nicht? Sobald ein Modell auch nur teilweise verdeckt ist und diesen Befehl hat, kann es eben nicht gesehen werden. Und wenn irgendwelche Geländestücke dazwischen sind zwischen Modellen, also keine klare Sichtlinie besteht, dann können sie eben auch nicht gesehen werden. Also das sind, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich finde es persönlich eine gute Lösung. Das Spiel ist aber natürlich nicht perfekt. Games Workshop hat sich natürlich wieder nicht nehmen lassen. Auch ein paar, meiner Meinung nach, ziemlich dämliche Sachen zu machen. Die eine Sache ist die mit diesen Bewegungsschablonen. Ich habe es ja kurz darauf hingewiesen im Spielbericht. Wir haben die so spärlich benutzt, ehrlich gesagt. Also erst mal haben wir überhaupt nicht mehr großartig von Kreisen und Dreiecken und was weiß ich was geredet, sondern wir haben einfach gesagt, hier 2 Zoll, 1 Zoll, 3 Zoll, 6 Zoll. Da gewöhnt man sich relativ schnell dran und weiß, was was ist. Und wir haben auch nicht immer die Schablone benutzt, sondern öfters auch mal einfach das Maßband benutzt, weil es halt einfach ein bisschen affig ist. Ich weiß, es ist rein theoretisch für Tabletop-Einsteiger immer ein bisschen einfacher mit so einer Schablone, aber dafür ist sie, finde ich, nicht sprechend genug, weil diese Symbole, die sagen halt einfach gar nichts aus. Also aus den Symbolen selbst ist nicht ablesbar, für welche Distanz die stehen. Das finde ich auch ein bisschen doof. Also das hätte man besser machen können und ist einfach ein bisschen unnötig. Und ich habe so das Gefühl, dass GW da einfach noch ein bisschen Accessoires verkaufen wollte für ein Spiel, bei dem viele Leute einfach mit ihren eigenen schon bestehenden Miniaturen spielen können, ohne irgendwas großartig dazukaufen zu müssen. Besonders natürlich, wenn man das alte Kill-Team noch besitzt und davon die Starter-Sets, das Gelände, alles, das kann man ja da alles auch weiterverwenden. Also das ist einfach nicht schön gelöst. Und die zweite Sache, die ich tatsächlich ein bisschen ... Also sagen wir mal, es sind drei. Eine Sache ist noch, das Regelbuch ist fürchterlich strukturiert mal wieder und man muss ständig hin und her switchen zwischen dem Octarius-Regelbuch und dem regulären Regelbuch. Aber Gott sei Dank gibt es dafür von Fans gestaltete Referenzbögen und es gibt Battlescribe, um sich die Stats anzugucken und so was. Also da ist die Community schnell dabei gewesen, zumindest wenn man Englisch kann. Und das Letzte ist, dass, wie gesagt, die Fraktionen, die in dieser Octarius-Box drin sind, die finde ich megacool. Und ich weiß, es gibt auch schon so ein paar andere. Es gibt ja schon speziell für Kill-Team-Releaste neue Banden, wie zum Beispiel diese Tau-Scouts und die Sororitas, die ich auch echt interessant finde, die ich gerne mal ausprobieren würde. Aber es gibt eben auch immer noch die, die in diesem Compendium drin sind. Es gibt ja noch so ein extra Buch, wo eben alle anderen Fraktionen drin sind, das auch nicht in der Octarius-Box drin ist. Und die Banden, die da drin sind, sind einfach ungleich weniger spannend, wie die, die in der Octarius-Box sind. Und das finde ich super schade, weil das Spiel lebt so ein bisschen davon. Klar, von diesen grandiosen Mechaniken. Ich kann es nur immer wieder sagen, das Spiel ist hervorragend designt. Einfach ein Meisterstück des Spieldesigns. Aber es glänzt natürlich auch dadurch, dass die Fraktionen in der Box so stimmungsvoll sind. Und dass sich das Ganze auch trotz der sehr mechanischen, sehr technischen Regeln trotzdem auch sehr fluffig spielen lässt. Und das ist aber nur möglich, wenn das eben die Fraktionen hergeben. Und das ist, finde ich, in dem Erweiterungsbuch, in diesem Compendium nicht der Fall. Und dann gibt es noch natürlich, also es gibt mittlerweile auch schon wieder eine weitere Fraktion in White Dwarfs. Und wie gesagt, es werden noch extra Banden released und so was. Vielleicht führt es auch dazu, dass es bald noch viel, viel mehr Auswahl gibt mit coolen Fraktionen, mit coolen Banden. Ich hoffe es wirklich. Also ich hoffe, dass dieses Spiel so ein bisschen Lebenszeit und ein bisschen Grip kriegt. Also dass es sich durchsetzt in der Community auch. Auch bei natürlich, kann ich verstehen, leicht angefressenen Fans. Das alten Killteam, die teilweise ihre Banden einfach so nicht mehr spielen können, weil man beim Bandenbauen nicht so wahnsinnig viel Flexibilität hat. Also ich konnte ja nur ein bisschen Ausrüstung verteilen und entscheiden, ob ich jetzt einen Squeak dabei haben will oder einen normalen Orgboy oder so was. Also da ist jetzt auch nicht so viel Option da. Mich persönlich stört es nicht. Andere Leute stört es natürlich und verstehe ich komplett. Aber da muss man einfach ein bisschen gucken, was einen tatsächlich stört und was man bereit ist in Kauf zu nehmen und was eben nicht. Aber ihr merkt schon wieder, ich schwadroniere total. Aber es ist wirklich, also ich finde, es ist eines meiner Überraschungsspiele dieses Jahr. Das hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel so viel Spaß macht und ich habe wahnsinnig viel Bock, es weiter zu spielen. Und das werde ich auch vielleicht nicht im Rahmen von Videos, weil, wie gesagt, es ist wirklich aufwendig, dieses Spiel einzufangen, weil so viel passiert. Was gut ist für das Spiel, schlecht für Videos. Und, äh, aber ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen und natürlich, wenn irgendwelche coolen neuen Releases kommen, gucke ich, dass ich euch auch so ein bisschen auf dem Laufenden halte. Und an der Stelle natürlich auch noch vielen Dank an den Patrick, der mit mir gespielt hat und der auch super cool die Todeskorr-Leute angemalt hat. Der hat das richtig drauf. Und natürlich vielen, 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 vielen Dank an den Konstantin, der mir das Necromunda Dark Uprising Gelände bemalt hat, das ich eigentlich ihm gegeben habe für Necromunda, weil ich das auch demnächst jetzt mal endlich zeigen will. Aber das hat so perfekt gepasst und meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen besser gepasst als das Originalgelände aus der Oktarius-Box, dass ich das unbedingt einsetzen wollte. Und das war halt schon bemalt im Gegensatz zum Oktarius-Gelände. Und, äh, also das wäre nicht möglich gewesen, unter deiner Unterstützung, Konstantin, also vielen Dank. Und, äh, wenn ihr den Konstantin mal Hallo sagen wollt, dann schaut mal bei Facebook vorbei, da heißt der Sphärenarchitekt. Verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr weitere coole Bilder von Sachen, die ihr bemalt habt. Da ist auch richtig, richtig drauf. So, das war's jetzt erstmal von mir. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wart ein bisschen unterhalten. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. und sagt weiter, dass es den Kanal gibt, das hilft mir am allermeisten. Ihr könnt natürlich auch dieses Video teilen, wo auch immer ihr wollt, wo auch immer sich Leute überlegen, ob sie Killteam spielen sollen oder nicht. Sagt einfach, da Tobi hat da ein Video. Und dann könnt ihr das teilen und dann sind alle glücklich, inklusive mir. So, das war's jetzt aber. Äh, es wird von mir noch mindestens ein Video geben, bevor es in die Weihnachtspause geht. Äh, also könnt ihr euch drauf freuen, nächste Woche. Und, äh, dann werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine Woche einfach nicht da sein, weil einfach Feiertage und Familie und diese ganzen Sachen ein bisschen wichtiger sind. Und dann sehen wir uns dann natürlich auch wieder im neuen Jahr. Aber, ja. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Genießt die Zeit vor Weihnachten und vor den Feiertagen. Erholt euch gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.